Der Loderbauer hat er gesagt, jetzt werde ich was sagen. Hat er gesagt, wie weit, schaut es hinaus. Hat er gesagt, wenn Sie mal einen Liter zahlen. Hat der Loderbauer gesagt, Hochwürden, hat er gesagt, um Gottes Willen. Hat er gesagt, ich esse, weil ich ländlich beinahe sein mit meiner Kasse. Ja. Bitte hat der Pfarrer gesagt, dann sage ich dir was folgendes, machen wir das eine. Hat er gesagt, Loderbauer, ich erzähle dir jetzt deine Geschichte. Hat er gesagt, wenn du die Geschichte nicht glaubst, dann zahlst du einen Liter. Er hat sich der Loderbauer und hat gedacht, Höldäufe, hat er sich denkt. Naja, Höldäufe hat er sich auch nicht gedacht. Beim Pfarrer kannst du nicht Höldäufe denken. Oder sie denkt, Pfarrer, da kommst du mir schon recht. Ich glaub dir alles, was du mir da zählst. Hat der Pfarrer gesagt, gut, hat er gesagt, dann fang ich an. Sagt der Loderbauer, pass auf. Hat er gesagt, glaubst du mir das oder glaubst du mir das nicht? Sagt, der ist noch gar nicht lang aus. Sagt er, bin ich bei der Traun spazieren gegangen. Und wie soll ich spazieren gehen? Hat er gesagt, die Kirche schwimmt mitten in der Traun. Ein Mühlstein, der Herr. Ja, sagt der Loderbauer, das glaub ich hochwürden. Das glaub ich. Auch sagt der Pfarrer, das glaubst du. Na, sagt er, dann rede ich weiter. Sagt er, na, ich sehe euch den Mühlstein. Hat er gesagt. Denk mir, Höldäufe, da kommt mir gerade recht. Springe ein Mühlstein auf, hat er gesagt, und schwimme runter bis Linz. In Linz hat er gesagt, bin ich runtergestiegen vom Mühlstein. Einmal denkt, jetzt schaust du ein wenig in Linz die Kirche ran, bin ich in die Kirche reingegangen, am Stadtplatz ein wenig umeinander. Halbe Stunde später hat er gesagt, bin ich wieder am Mühlstein raufgesprungen und bin wieder runtergefahren nach Wölz. Hat dann der Loderbauer gesagt, hochwürden, glaube ich an er sofort. Er sagt, da glaubst du das? Er sagt, der Frau, hat er gesagt, einen anderen hätte es nicht geglaubt, aber Ihnen, Herr Pfarrer, glaube ich es sofort. Er hat der Pfarrer gesagt, bleibt mir nichts anderes. Herr Pfarrer Sieb, hat er gesagt, dann muss ich dir deinen Liter zahlen. Hat der Pfarrer in Loderbauer den Liter gezahlt dann. Hat der Loderbauer gesagt, Herr Pfarrer, ich hätte auch eine Geschichte für ihn, hat er gesagt, wenn Sie mir den nicht glauben, zahlen Sie einen Liter. Ja, hat der Pfarrer gesagt, bin ich sofort dabei. Hat er sich denkt, warte, jetzt kriege ich meinen Liter wieder zurück. Hat der Loderbauer gesagt, Herr Pfarrer, ob Sie das glauben oder nicht, hat er gesagt, bei mir, da haben wir meinen Grund, einen Baum angesetzt. Einen kleinen Baum. Und rund um den Baum hat er gesagt, Herr Pfarrer, habe ich einen Misthaufen hingebracht. Einen ganzen Misthaufen. Hat er gesagt, seht, Herr Baum hat ins Wachsen angefangen, hat er gesagt, Herr Pfarrer, ob Sie das glauben oder nicht, ich habe es übersehen, ist er oben angestanden. Bei dem Hüme angestanden, hat er gesagt, und an einem Sonntag, keine drei Wochen ist her, hat er gesagt, Herr Pfarrer. Hat er mir gedacht, na, hast du jetzt Zeit? Hat er gesagt, graue ich einen Baum auf. Schaust du mal, wie es in dem Hüme ausschaut. Sagt, da bin ich ganz aufgereiht, hat er gesagt, kommt zu dem Hüme dir, klopfen, kommt der Peter raus, sagt er, was willst du denn? Hat er gesagt, okay, hat er gesagt, ich war der Loderbauer, ich hätte gerne ein wenig reingeschaut, weil ich Zeit habe, wie es in dem Hüme drinnen ausschaut. Ja, der Peter hat gesagt, mein lieber Loderbauer, so einfach ist das nicht. Hat er gesagt, bist du rein vom Sünden? Ja, mein, hat der Loderbauer gesagt, gar so rein bin ich wieder auch nicht. Ja, hat der Pfarrer gesagt, das glaube ich, das glaube ich. Ja, hat er gesagt, mein lieber, hat der Peter gesagt, lieber Loderbauer, da musst du ja speichten, bevor es da rein geht. Mein, hat der Loderbauer gesagt, Peterl, hat er gesagt, mach keinen Blödsinn. Mach keinen Blödsinn, hat er gesagt, was glaubst du, wie weit das so ist, hat er gesagt, zu mir auf der Erde. Hat er gesagt, hättest du vielleicht einen Pfarrer heroben, hat er gesagt, dann beicht er dich da gleich, dass ich reingüme. Ja, hat er gesagt, der Peterl, guck mal machen. Hat hinterher geschühen, gleich bei den linken Wolken, ist ein Engel gesessen. Hat das Engel geholt, hat er gesagt, geh, hol einen Pfarrer raus. Hat er gesagt, der Loderbauer möchte gerne beichten. Das Engel fliegt fort, nach einer halben Stunde kommt das Engel zurück, hat er gesagt, Petrus, Petrus hat gesagt, ich habe gesucht, überall, es gibt keinen Wink, hat er gesagt, aber Pfarrer habe ich keinen gefunden, da herum. Auch der Pfarrer gesagt, das glaube ich nicht, das kann ich gleich sagen, Loderbauer. Auch der hat er gesagt, dann zahlst du einen Liter hervor. Applaus von 1979 Uhr. von Zahlen. Vielen Dank. Vielen Dank.